Musik Liebe Zuschauer, liebe Fans und Freunde des Team Deutschlandachter, ich darf euch heute herzlich begrüßen zur dritten Ausgabe des Deutschlandachter Inside Interview. Ich bin Maximilian Planer und das ist heute Richard Schmidt. Mein Gast ist dreifacher Weltmeister und auch schon Olympiasieger im Team Deutschlandachter. Hallo Richard. Hi. Ja, Richard, jetzt legt die Europameisterschaft zurück. Erstmal noch Glückwunsch zum Titel. Vielen Dank. Was würdest du sagen, was hat im Finale den Ausschlag gegeben? Alle haben es gesehen, es war sehr wellig, sehr windig, es war Gegenwind. Was würdest du sagen, war so der Punkt, warum ihr besser wart an dem Tag als andere? Ja, ist schwer zu sagen. Es ist immer so natürlich auch tagesformabhängig. Ich glaube einfach, dass die Briten, also jetzt speziell auf die Briten gesehen, die kamen nicht so richtig mit den Wellen zurecht. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ich habe mir das Rennen nochmal angeguckt, weil es sehr viel Wasser bei denen reingekommen. Aber wir, muss man sagen, wir kamen am Anfang ja auch nicht gut weg. Also es wäre jetzt auch nicht so easy bei uns. Wir haben uns dann so reingearbeitet in das Rennen und das hat eben immer mehr Spaß gemacht und man hat gesehen, man kommt immer weiter weg. Und ja, da war man irgendwann so im Flow drin. Und am Ende dann diesen Endspurt, dass wir sowas noch auspacken konnten, war eben schon genial. War das auch vielleicht noch eine taktische Sache, dass ihr das dann am Ende noch geschafft habt? Also war auch vielleicht, ja, hat der Taktik eine große Rolle gespielt? Oder war das eher, wie das auch einige gesagt haben, wer weniger Krebse fängt, gewinnt? Nee, Taktik war das nicht. Also wir wollten eigentlich schon von Anfang an schnell raus. Ist eben dann nicht ganz so gelungen, weil es war wirklich echt, es war richtig mieses Wetter, also richtig mieses Wasser und kam eben nicht so gut weg. Aber wir kamen, wie gesagt, wir kamen gut rein und es war dann noch ein Ausstatt gegen den Punkt geworden, dass wir dann gewonnen haben. Du bist ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, du bist mehrfacher Weltmeister, du bist schon Olympiasieger und du bist eigentlich der einzige Ruderer, der seit acht Jahren oder jetzt schon das achte Jahr im Deutschlandachter sitzt. Also acht Jahre in Folge konstant deine Leistung abrufst, immer wieder bei der Kleinmutmeisterschaft Erste oder Zweite wirst. Was ist deine Motivation, das zu schaffen? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, also klar, es waren vier Jahre, also von 2008. Also ich war ja auch bei den Spielen schon in Peking 2008. Da bin ich Sechster geworden im Vierer und ja, es macht einfach Spaß, so zu rudern mit der Mannschaft und ja, zu gewinnen macht natürlich auch Spaß und das haben wir dann vier Jahre in Folge gemacht und das war auch super schön und super tolle Zeit und danach, dem Olympiasieg, ist natürlich auch bei mir erstmal so etwas abgebrochen, so okay, das war's, ich habe jetzt alles erreicht und so, aber ich habe noch gemerkt, dass ich immer noch Bock habe, Rennen zu fahren, immer noch Bock habe, mich auch zu quälen und ja, weitere Erfolge zu erreichen und ja, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, der Olympiasieg war schön, aber jetzt geht es die nächsten vier Jahre mit einer neuen Mannschaft, neue Herausforderungen und das hat mich eben so ein bisschen gereizt und ja, ich habe immer noch richtig Bock zu rudern und ich freue mich unheimlich auf Rio. Und würdest du sagen, dass du da nochmal den Schalter umlegen musstest, richtig nach London? Also du hast dann diesen Erfolg schon gehabt, eigentlich das Größte, was man erreichen kann, der Olympiasieg. Ich frage mich dann, wie einfach oder wie schwer es ist, sich zu motivieren, also wie konntest du den Schalter umlegen und sagen, okay, das habe ich erreicht, Reset, jetzt geht es nach vorne, jetzt geht es weiter, jetzt will ich wieder das schaffen. Ja, es ist nicht einfach, also es gab auch viele so, die dann, sage ich, nicht so mit dem Drive dabei waren. Ich habe das eben, ich habe mir ja so gesagt, was man so gewonnen hat, das hat man gewonnen, das hat man so wie so im Schrank drin, das kann man sich dann irgendwann angucken, wenn es so vorbei ist oder bei dem Rückblick dann, aber jetzt momentan will ich gar nicht so erst mal zurückgucken, sondern ich gucke eher nach vorne und wie du sagst, das war auch, ich meine, die letzten Jahre, auch die letzten acht Jahre waren richtig hart. Du hast gesagt, ich meine, man muss sich erst mal national durchsetzen und es ist eben auch national übelste Konkurrenz und dass es immer so gut geklappt hat, dass ich gesund geblieben bin, war natürlich schon echt super, bin ich super glücklich drüber. Und ja, es ist eben so, mir macht Spaß und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Du hast gesagt gerade, du guckst nach vorne, das, was jetzt ansteht, sind natürlich die Olympischen Spiele, außer dir sind auch noch weitere Ruderer mit im Boot, die schon die Erfahrung mitmachen konnten, mit dir zusammen die Goldmedaille zu holen in London und plus natürlich der Steuermann Martin Sauer. Würdest du es eher als Vor- oder eher als Nachteil sehen, dass ihr schon die Erfahrung gemacht habt? Also würdest du eher sagen, das ist gut, dass ihr die Erfahrung schon gemacht habt, weil ihr dadurch vielleicht anderen was vorausseit im Finale oder würdest du vielleicht sagen, es ist eher schlecht, weil vielleicht einige sich darauf ausruhen, das haben wir ja schon geschafft, das wird schon wieder. Also erstmal würde ich sagen, ich meine, alle, die bei uns im Boot sind, die haben es ja auch irgendwie durch die Leistung geschafft, da reinzukommen. Ob das jetzt gut ist, ob die Olympiasieger sind oder nicht, das weiß ich nicht. Also für mich spielt das eben keine große Rolle und ich glaube, das geht den anderen auch so. Wir gucken meistens so nach vorne und wollen eben was Neues noch erreichen und es gibt ja neue Ziele, man kann sich mal neue Ziele setzen. Ich meine, nochmal Olympiasieger werden, ist ja auch geil. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt vorbei ist mit allem. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass es natürlich dann, auch wenn eine Erfahrung kommt dann nicht dazu, wenn man schon mal so riesige Erfolge gefeiert hat, ist natürlich dann auch, bleibt man vielleicht in entscheidenden Momenten auch ein bisschen cooler. Aber prinzipiell muss ich sagen, alle, die da im Boot sitzen, ist 100 Prozent Verlass und geben alles, ob die jetzt Olympiasieger sind oder nicht. Okay. Die Erfahrung sagt es ja schon, ihr seid eigentlich im Schnitt eine relativ alte Mannschaft, würde ich sagen. Also auch nicht so alt, aber ihr habt schon viel Erfahrung. Da ist es natürlich dann so, man hört es auch schon im Team, einige hören nach Rio auf, einige haben das auch gesagt, dass sie das sicher machen. Bei dir ist es so, da spekuliert man so ein bisschen. Die einen sagen, naja, der hört vielleicht auf. Die anderen sagen, ach, der macht noch ein Jahr. Die anderen sagen, der kann auch noch locker vier Jahre machen. Da würde er es immer noch schaffen, im Deutschlandachter zu sitzen. Weil du bist einfach die Konstante hier in der Mannschaft und viele würden es wahrscheinlich auch einfach missen, wenn du weg wirst. Was sagst du denn jetzt zu mir, machst du weiter oder hörst du auf? Ja, also, jetzt sehe ich jetzt vor den ganzen Kameras. Nee, also prinzipiell habe ich mir jetzt noch nicht so, ich habe jetzt erst mal bis Rio gedacht, habe mir jetzt noch nicht so die Perspektive danach irgendwie noch nicht so ganz klar. Ich muss da einfach mal schauen, wie jetzt auch diese Ergebnisse sind. Vor allem, ich habe es schon gerade eben gesagt, ich meine, es macht nur Sinn, weiterzumachen, wenn es Bock macht. Und wenn die Mannschaft cool ist und wenn man sich selbst noch motivieren kann. Wenn man da nur halbherzig rangeht, dann bringt das auch nichts. Dann ist das verschwendete Zeit. Und mir macht es eben momentan noch richtig viel Spaß. Und deswegen wird es sich gucken. Also ich weiß nicht, ich kann dir das in ein paar Monaten dann genau sagen. Okay, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da so eine klare Antwort kommt. Aber ich wollte trotzdem mal nachhaken. Ja, Richard, danke erst mal für das nette Gespräch. Und liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen auch an euch. Und ich freue mich natürlich wieder freuen, wenn viel Feedback kommt, ob es euch gefallen hat und eventuell mit wem ich als nächstes sprechen soll. Bis dahin, ciao. Ciao.